Nein Nein! Oh, Alter, das war wirklich nicht getroffen! Sind die freundlich? Die sind freundlich! Echt? Mit denen kann uns nichts passieren, das sind Hexen! Ich lieb das campig! The weather is nice! Are you looking for weapons? I am saving money! To buy a hang-kleiter. dann Prozent noch nicht noch eine Aufnahme oder dann gehen wir in der nächsten Aufnahme noch zu Kroko Kassel oder und sie immer produktiv sein so dann fange ich wieder an oder so und Löschern und das bekommen hier wieder zurück bei Let's Play Cube zusammen mit dem O-Kommel ein Lager Panky jetzt wollte ich schon froh ich sagen wir haben hier ein paar Bitches entdeckt das war natürlich jetzt beim Rändern alles ich wollte jetzt hier die Schnecken eigentlich abschleppen aber die haben ein besseres zu tun gehabt wir wollten uns nicht auf Kroko Kassel begleiten ja aber der ist orange erst bei mir ist er rot scheint aber nicht so stark zu sein ich wette er gibt 8 EXP ich wette ich schwör wo fliege er denn hin? Landemar Landau am Flug ah scheiße doch zehn krass naja wie zu scheiße eigentlich besser so und zwar wollten wir produktiv sein und in der Folge auf jeden Fall noch an der Kroko Kassel angekommen wo geht's denn da lang überhaupt hier? Mal gucken keine Sorge ich führe dich südöstlich ne? du weißt doch ich verlaufe mich immer so gerne mal weil ich dann immer irgendwas abschießen will du musst ost-südlich laufen aber durch diese ganzen etwas höherstufigen Gegner haben wir natürlich jetzt schönen Experiencer bekommen du wirst jetzt die Maulwürfe in Ruhe lassen oder? ähm ich bin mal ganz kurz weg ganz kurz aus nur da wird es wieder zwei Stunden oh ach da hinten der greift die an jetzt dachte ich schon die Maulwürfe greifen hier Froggy an aber da ist zum Glück nichts passiert aber ich habe hier noch ein Mr. James W George und so weiter Busch gefunden denn Holz brauchen wir ja da rennen auch noch welche rum aber die Folge müssen wir ein bisschen kürzer machen die Folge müssen wir kürzer machen ja, ca. 10 Minuten oder so ja extrem wichtig extrem wichtig extrem wichtig höchste, höchste Sieger Stufe also jetzt sind sowieso noch 12 Minuten gewesen dann stell ich mal auf 10 gut das ist extrem wichtig okay dann müssen wir jetzt durchraschen hier äh ich möchte trotzdem noch an der Krokokassel ankommen ja ich sag ja wir müssen jetzt durchraschen zu Krokokassel nein ankommen ankommen ist besser als durchraschen 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 und ankommen eben beides ist immer besser durchkommen anraschen aber das oder sogar so so hatte ich mir das vorgestellt aber wir kommen nicht so schnell an wenn ich immer nur gegen die Bäume renne so mal schauen ob es geht boah scheiße nein ich kann es nicht ich möchte eine Rolle machen beim Aufkommen wasser wasser bremst nur schnell durch hier woa sprung wo ist denn Krokokassel ah noch ein stück links oder hinter den Felsen da irgendwo wo es wird schon wieder nacht verdammt das sieht man wieder nix oh ein wolf ey den den haben wir noch schnell wo es gibt auch hier da gibt auch noch viel xp ich sehe dich nicht wo bist du ich bin da wo ich bin ein lustiger seemann das ist ein zweiter wolf ach da bist du cool so scheiße daneben oh cool das macht immer so schön viel licht ey das blendet wirklich nicht so und stopp warte ist das für dich bestimmt oder ist das ein Kriegerstock nein doch 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 alter damage 20,2 was her damit das ist aber power der ist power 45 das macht nix den kann ich mir für später aufheben tue ich in meine kiste die ich nicht habe krass 20,2 diga was habe ich denn jetzt ich sehe schon ne ich ich sehe die kasse schon auch damit ich habe jetzt power 20 was hast du gesagt wie viel brauchen wir da 45 oh da muss ich noch ein paar level aufsteigen ich glaubt sagen wir mal 5 level möglich ich behalte ihn aber auf jeden Fall im inventar boah 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 wie lange ist die folge jetzt schon weiß ich doch nicht wie lange die ist ich weiß nur dass wir vorhin 12 minuten aufgenommen hatten und ich jetzt nochmal auf 10 gestellt habe ja und ja und äh wie viel von den 10 minuten ist ja schon vorbei na die 10 minuten sind noch nicht vorbei ok wir sind ja durchgerannt wir haben noch 7 minuten von den 10 minuten die ich vorhin eingestellt habe oh ok tapp tapp oup taсуд clock habe jetzt laufe natürlich genauer nach falscher seite hoch und dann würde ich mal sagen vor dem eingang machen wir den stopp oder on neun hier ist ja schon ein eingangers し das ist schon ein ganzes Jahr ja die Ostkarte der war auf der anderen Seite aber der ist auf der anderen anderen Seite auch Menno jetzt bin ich hier lang gelaufen ja Menno mich verfolgen drei Orts und ich habe noch 130 nehmen wo sind sie denn da wo da wo sie sind das ist immer eine ganz gute Ortsangabe super ja da finde ich bestimmt richtig hallo hallo schon da hier hallo hallo Punky und epischer Zübersprung epischer Org du musst dran sch... glauben du musst dran klauen guck mal jetzt die Orts bei mir auch weiß bei mir sind sie noch noch ohne komm mit wir hauen noch den Ogre daraus wenn du leben willst das ich komme nicht hoch ah jetzt ist hier der Eingang und da ist der Ogre jetzt gleich natürlich aber das geht jetzt es geht jetzt aber richtig schnell oder ja es geht ab was geht ab wo er dich noch nicht mehr erreicht und ich glaube jetzt kann man es schaffen hat ich gemacht ich glaube ich habe schon wieder was für dich aber ich glaube meine ist ein bisschen besser die ich an habe vom power her ich weiß natürlich nicht ob das irgendwas zu sagen hat oder irgendwas bringt toll wir hören dass wir nicht so dass ich jetzt schon wieder nach das war knapp oder ob der schießt den habe ich gar nicht gesehen oder hat er ein Pumierer getroppt Sender hier war er weniger Ranger hier ist die Runde weiß aber nicht ob du es was bringt auch so ein Buch wohl doch als besser als das was sie besetzt hat ich habe noch was aber da weiß ich nicht dass da ist glaube ich besser was du jetzt an hast die Kurze und Kurze und Kurze auch scheiße Warte Kurze und Kurze Warte darüber Nein wirst du nicht den Schweißen mal weg und ein ich weiß das was du jetzt hast das da das sind mehrere Sachen gerade sich da auf dem Boden gerufen nur bei mir noch eine naja egal vor allem was sagen hier ist der Stopp oder machen wir mal um morgen oder halte mal rausgehen weil ich weiß nicht ob die Wiederspornen denn wenn wir das nächste mal ich hier wieder uns finden und dann könnte es sein dass wir dann schon von Gegnern umzingelt sind und sterben das wollen wir vermeiden in beziehungsweise sei denn du stehst auf Schmerzen oder so ich doch nicht Prozent oder ich würde sagen das was jetzt weil sie sollte wollen auch einen Daumen nach oben da da unten müssen wie schon gesagt nur eine Illusion den gibt's nicht und ja das Abo ist kostenlos lasst äh lasst es bleiben oder gibt uns Nein das Abo das äh lasst ihr nicht bleiben ja wenn ihr uns abonniert dann lasst ihr uns auch abonniert also lasst es bleiben dann kriegt ihr einen virtuellen äh eine virtuelle Umarmung von uns dann kriegt ihr einen virtuellen Minecraft Keks mit Spaß beim Backen keine Ahnung auf jeden Fall also ich hoffe euch hat's gefallen und ja wir sehen uns dann in der nächsten Folge Tschüss Tschüss